Hallöchen, wir warten gerade noch auf die letzten zwei aus dem Captain's Mode. Fünf Leute in einem Team im Captain's Mode. Ähm, naja. Mal sehen, was das gibt. So. Wen bannen wir? Die Bärs mit so grundlegenden Sachen. Oh, nee. In Wooker. Mist, was? Was? Oh ja, Venomenser. I wanna be smart. Ja, 920 Spieler. 480. Das ist nicht schlecht. Oh, Winrate. Huskar. For Winkful Spirit. Night Stalker dagegen gesetzt. Ja. Ja. So, wenn man sich's grob ansieht, ist okay. Ist schon soweit. 10 Sekunden. Ähm. 5 Sekunden remaining. Ich... Erstmal die Support. Das sind ja... Variable. Oh ja. Hier kommt die Enemies. Warum ist der Sopter im Moment so beliebt? 10 Sekunden. Nichts immer war das so... Also die... Die Schrift über meinem... Livestream, die war sonst immer so total verkrisselt. Aber man konnte nichts lesen. Und jetzt ist das klar, ist klar. Someone's Connection just drowned. Und jetzt ist das... Ach... Ach... Fünf Leute sind raus. Einer aus dem Captain, deswegen, äh, ach, der Captain ist raus. Ah, zwei aus dem Captain. Yay. Das war jetzt Bingo. Das war jetzt mal absolut Bingo. Ah, wieder die Freude. Ja, dann war ich die Kohle leer. Das ist Mana Void. Von Anti-Mage. Nicht von Faces Void. Tatsächlich. Ich habe ganz vergessen, wie gut ich mit Chaos Knight umgehen kann, wenn ich denn dann... ...einen gewissen Moment habe. Also, ich meine, das letzte Spiel war ja... ...mit 19, 10, 24. Ja, leicht, leicht übertrieben. Sogar mehr als Meepo. Und die meisten Kills im Team. Ah gut, wenn ich dann gucke... Moment, Punkt ist halbett. Da steht er. Das ist so cool. Ich kann bis zu den Kills gucken mit dem weiten Bildschirm. So, ich habe einfach den Shredder-Schamanen ein paar Mal aufgelesen. Husker, da habe ich mich halt... Der wollte ja immer was von mir. Da habe ich ihm halt, wenn man mal war, reingedrückt. Ähm... Ansonsten... 3, 3, 2... Meepo, das wundert mich ein bisschen, dass ich den so oft wie ich habe. Aber klar, ich habe den immer... Wenn du dich mit allen auf einen fokussierst. Und die nicht einen nach... Sich nach einem killen. Also... Alle auf einen und dann... In der Reihe aufgestellt und... Jeder einen einzelnen Meepo attraktiert. Da dürfte ich hoffentlich ein paar Commands bekommen haben. War auf jeden Fall ganz cool. Ja, Schaden an... An gegnerischen Höllen. 50.000. Überschreitet alles andere. Gut, ich habe ja auch viele nicht gekillt. Da habe ich ja viele Assists mit 24. Wo ich ja direkt daneben stand und auf die eingedonnert habe. Also von daher... Naja... Wenn man sich dann unsere Zahlen anguckt von den Last Hits... Und sich dann so überlegt... Du spielst so mit... Okay, was habe ich im Schnitt? Ich habe im Schnitt... 112 Last Hits. Plus Minus. Ich habe ja auch oft... Oft mehr. Ich habe ja immer um... Oft um die 100... 100, 130... Und dann manchmal 200... Etwas... Hat er sich dann zwar nicht direkt... So aufeinander, aber... Dann hat man natürlich auch noch Spiele wie hier... Wo... Man nur 81 hat oder sowas... Naja... Wenn man sich dann überlegt, dass da die Profis... Einfach grundsätzlich mal 200 haben... Und dann... Ähm... Und dann... In... Optimalen Spielen... 2000... Apps... Auf dem besten Weg zu 3000... Ähm... Naja... Das Pick haben wir leider nicht... So... Auf jeden Fall würde ich den... An... Oder nehmen... Einfach weil der... Stark ist... Na... Oh... Okay... Köln... Hh-hmm... Hanh-homme... Hhmm... ав-h-h-hmm... Hemen... ão- TEN SECONDS... 5 Sekunden remaining. 10 Sekunden. Hier kommt der Feindpick. 10 Sekunden. Mal gucken. Das sniper wollte ich schon länger mal spielen. Wieder. Yay. 10 Sekunden. 5 Sekunden remaining. Ah. 2 Sekunden. 1 Sekunden. 2 Sekunden. 3 Sekunden. Aeon phoenix bristol back Aeon phoenix bristol back Hmm Hmm 10 Sekunden 5 Sekunden remaining Da 40 Spiele hinzubekommen Damit ich die MMR übernehmen kann, wenn sie dann zu dem Zeit dann noch höher ist als meine 200 Die ich im Moment habe, ich meine 600 sind natürlich höher bis dahin Ich müsste aber noch, gut ich habe noch 27 Tage Ähm 29 sogar 29 Tage Für 40 Spiele ist natürlich Ah Hi Irgendwo Ja auch immer It's the enemy's turn to burn Pay attention now Ok Ich hoffe die 10 Sekunden Sind sich gleich ein bisschen einiger da drüber winken 5 Sekunden remaining 10 Sekunden 2 2 3 3 5 6 6 6 7 7 9 1 8 10 7 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 4 2 immer Standard-Todesmusik abspielen. Der Nachrichten-Sound. Untertitel. Was ist denn die Standard-Todesmusik? Gibt es noch andere Musik dafür? Mal gucken. Keeper. Enemies turn to pick. Keeper of the light. Ten seconds. Five seconds remaining. Sei es Hammer. Ach, Mann. Weißt du was? So langweilig. Deinecke give them a lots용. Let's go with the light. I think I'm more Volco. 10 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden 10 Sekunden 5 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 Sekunden 6 Sekunden Aber, oh, Moment, shit, was denn jetzt los? Das ist auch nicht. So, jetzt muss ich, nein, jetzt. Wirklich jetzt, wirklich jetzt. Musste das jetzt sein, dass der unbedingt eine Klinks wegnimmt? Na ja, gut. Super gut build, wo bin ich denn? Ich glaub, ich geh auf die Offlane. Okay, weirdo build, genauso wie das Team. So, vielleicht ist irgendwas, das gegnerische Team ist gut mit OD. Die, ich mein, ich müsste schon, ich muss den mit meiner Ulti erwischen, dass er sich nicht in das Prisident. No, prepare for battle. Okay. Come now. Yes. Oh shit. From Upland Druid I arrive. Ach, komm, im Ernst. Da markiert den Scheiß doch vorher auf der Karte, bitte, ja? Wirklich jetzt, ey. Ich mein, warum kann man den Scheiß nicht einfach auf der Karte markieren, ha? Fliederfurt. Wir standen zu dritt in der Mitte und dann, ach, ich vergesse es. Stryker runs. Rampant. Oh, nee, Terrorblade hätte ich irgendwie hinbekommen, aber... Fliederfurt. Jetzt haben wir die gute Sachen. Oh, nee, dann kann man halt hier am Anfang, aber hey. Gut, mit dem Schraub da kann ich umgehen, den... ...habe ich ja schon gehabt. Von Upland Druid I arrive. Faster. That way. Yes. Nein, ach, dang it. Advance. Run now. Ja, ich weiß, dass er da ist. Das habe ich nicht mitbekommen. Stryker runs. Beware the crowds. Advance. Ich habe eigentlich nichts von ihm bekommen. No. Nein. Seine dämlichen Spiegelung ist echt... Ja. Hm. Hm. Nein. Seine dämlichen Spiegelung ist echt... Der nervt mich damit schon ganz schön. Zum Glück habe ich das Gift, was ihm da zusetzt. Mach das Ganze ein bisschen einfacher. Und ich halte mich besser als er. Ja. Da steht permanent unter seinem Tower. Auch nicht schlecht. Go. The system adapts. Advance. Nein. Nein. Freer auf. Rolling Thunder. Stryker runs. Ach Gott. Komm schon. Komm nun. Weiß ich auch, dass ich irgendwo... Irgendwie... Das ist schon ein bisschen nervig, ohne den Eis und so weiter. Na ja... Dann warte ich halt hier... Okay. Okay. Jetzt weiß ich, was nicht stand. Wie der Anstiegssounds singen. Oh Mann. Die vom Musikpaket. Alter. Okay. Geil. Hm. Ist ja auch interessant, dass Terrorblade da nicht hinterher geht. Aber, na gut. Gut. Rampant! A.A. kommt her. Rolling thunder! Nothing to my madness! Striker runs! Mal gucken. Dann geh ich einfach mal hier. Ist ja egal. Ich krieg ja... Ich darf ja nicht verhaben, ne? Sollte ich dann auch... Ich mein 6 Minuten und ich hab nicht meine Schuhe fertig. Ich hab keinen Last Hit. Ich hab keinen Deny. Das ist ähm... Das ist ähm... Schön. Schön. Das ist toll. Das ist wirklich... ...toll. Vor allem bei Terrorblades immer noch Level 4 ist und eher Level 5. Geil da. Geil da. Geil, 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 Geil. Geh mal vorbei gegen den Jungle oder so. Mir doch wurscht. Wenn ich nicht farmer darf. Also wenn ich nicht fahren darf, dann... Ich halte die Stirn... Das ist lächerlich... Ah, wie du da bist... Dankbar... Ach, Zango wieder... Dann rede deutlicher, du Affe... Das ist ein Ergebnis! Das ist ein Ergebnis! Das ist eine Schmerz! Ihr mittelst Wettbewerb... Das ist ein Schmerz! Hm... Wie fühlt es? Okay Was? Nö Ich hab doch nichts damit zu tun Ich darf doch nicht auf die Botlane Nur dabei stehen Und gegen Sentar Warrior angreifen Der mit seiner Konter dann Mich halb runter bringt Dann taucht irgendwer neben mir auf Und killt mich dann Oh, danke Da hab ich besseres zu tun Ach, nicht schon wieder auf die Haben wir wieder zurück Kann ich vielleicht noch mal stecken Ach komm, im Ernst jetzt I can't see Attack! Das ist ein halbster Das ist ein halbster Das ist ein halbster Das ist ein halbster Mit ein bisschen Glück Überlebe ich das Das ist ein halbster Was meinst du, warum ich da hinten rumlaufe? Das ist ein halbster Oh ja Das war echt toll Wow Das ist ein halbster Das ist ein halbster Ich glaub, ich glaub' ich bin mal so dreist Schleich mich einfach mal bei denen rein Hoff einfach, dass ich nicht drauf gehe Oh, das nervt Ich geh jetzt nur mal kurz ein Wort aufstellen Ja Naja Gut, was sonst Das ist ein halbster Ich bin jetzt so oh 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 yeah wow Wow. Das ist echt dumm. Das ist echt dumm. Wow. Das ist echt dumm. Strive your runs. Foul creature. You're so important. Nothing to my madness. Underclap. Advance. That's for me. Oh. Oh. Was ergibt Sinn? Wenn's der echte wär? Ich glaub kaum, dass der echte so schwach ist. Schaden vor Instanz. Unab. Ich glaub kaum, dass der so schwach ist. Rolling Thunder. Thunder Rolls. Stricken. Rampage. Na gut. Brauch ich gar nicht erst anfangen. Ja, Keeper nimmt's eh. Warum pingt das dann überhaupt an? Ich würd' ja sagen, wir können angreifen. Aber erstens ist keiner bei uns. Boah. Eigentlich seh ich relativ wenig Sinn darin. Hm. Rampant. With a cold craft. Ja. Ja. Alles klar. That way. Ich lebe also nur von Luft und Liebe. Komm her. Strick around. Das macht das ganze recht einfach. Ich weiß, wo sie auf jeden Fall jetzt nicht sind. Und jetzt definitiv nicht mehr, weil alle Warners sind. Deswegen einfach mal hier geordet. Und dann mal ein Ding drauf geklatscht. Irgendwie sind die sich auch nicht so einig. Und ich krieg meinen Kurier schon wieder nicht. Schön. Toll. Das ist... Level 8. Nur AA ist nicht legal mit... was auch immer. Hier. Ja. Danke bitte. Keine Ahnung. Ich hab wenigstens assistes, nachdem ich sechsmal gestorben bin. Also es ist echt lächerlich, dass du dann auf der einen Lane nicht farmen darfst, weil Terrorblade ansonsten ein Raster bekommt. Auf der nächsten Lane kriegst du dann die Larves jetzt geklaut, wenn einer in der Nähe ist. Und so weiter. Das ist schon recht... Naja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Wirken jetzt will. Herrsch advisers. Herr ober. Da war ja was. Und schon ein Artist-H armored, um Zutaten zu entdrehen. Nochmal. denn nun mal. Yo. So. Keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Ich kann noch eventuell angreifen. Ich könnte jetzt noch Würstelbein heilen. Keine Ahnung, ich habe nicht einen Angriff abgesetzt. So ein bisschen Mana-Regen eigentlich schön. Ach, schaut sich durch. Angreifen. Wie gut, dass da jemand schon gepusht hat. Oh, ich hätte ihn zurückschicken sollen. Oh. Da war was. Ich habe immer noch Schaden genommen. Ah, ich habe kein Mana. Und ich bin so gut wie Deutsch. Ja. Das war wirklich toll. Das war wirklich, 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 wirklich toll. Ich glaube, vorher war es schon auf 46. Also. Hey, schön, dass du schon an der BKP dran bist. Wo wirst du? Wann mal Terrorblade. Ja, genau. Ja, wo ist der? Das ist einfach. Ein Trauer-Spiel, ein Trauer-Spiel. Guck mal, da ist Gold. Wunderbar. Guck mal, dann kriege ich zum ersten Mal jetzt mal Intelligenz oder Mana-Regen. Schön, ne? Ah. Dominator-Helm. Versuchen wir es auf ein neues. Ich hätte mein Ulti ja bereit. Aber das war ja dann wohl ein wenig. Fehlt der Versuch. Nee, ich wollte doch da hin. Ah, komm. What the fuck? Wieso konnte ich nicht zaubern? Also bitte. Ja, das ist doch echt peinlich. 40er Ping. Jo, da könnte es herkommen. Ah ja, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt irgendwie was ausrichten können. Oh, das ist so. Oh. Oh. Es ist natürlich schön, dass Terrorblade da ist. Aber... Es ist toll, dass er so stark geworden ist. Das hilft mir gar nicht, dass ich dann dadurch neu mal gestorben bin. Ich meine, das sieht zwar dann aus wie ein Profi, spiele ich jetzt tatsächlich mal. Wo dann die Supports echt für den Arsch sind grundsätzlich, was Networks und was jetzt Spieleinfluss angeht. Was immer nur so einen kurzen Moment hilft und dann weißt einfach, wenn Scheiße ist. Ich kann immer versuchen, mich hier irgendwie über Wasser zu halten. Wenn ich dann da noch einen Ward hingesetzt bekomme... Ach stimmt, da war ja die Betäubung. Vielleicht hätte ich erst den Static Storm setzen sollen. Ja, Static Storm, dann das Kinetic Field oder Glimpse. Glimpse wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen, dann wäre der erstmal ein bisschen zurück. Aber hey... Aber hey... Dann... Dann... Hier... Ich versuche dann einfach mal zu morden. Ich habe vier Stück davon. Also... Ich habe da hin. Vielleicht kann ich ja so einen dazu bringen, zum Brunnen zu teleportieren. Und den dann zurück... Und den dann zurück... Äh... Schicken... Oh... Wie ist der? Around... Genau... Er hay'n So.... Was Gela's... Ach Gott! Bire natürlich nichts, wenn ich kein Glimpse mehr habe. Oder sowas. Da ist doch auf Abgeordnete Zeit. so schön dämlich ja was bringt nix aber irgendwie lassen immer auf wenn ich hier hätte ich jetzt würde ich zurückgehen Komm mal her. Die Hearth-Zrone. Wir fangen mal hier hin. Mann, Ariad, sind wir das immer noch für'n Arsch? Oh. 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 hat mich einer gefunden wenn das jetzt wieder so ein push wird wie das letzte mal dann kann man sich den auch schenken ja was dann willst du nicht den Tower angreifen oder was ist los nein ach er geht farmen ok gut so 225 brauche ich ja gar nicht Das könnte ich noch irgendwie noch heilen, aber mir fällt immer ein, dass ich mich heilen könnte, weil ich ja gerade Schaden erleide, wie bescheuert. Was? Ach. Oh Gott. Was rollt denn? Roll rum. Das ist ja nicht so, als ob ich hier mal Mana bräuchte oder so. Okay. Das hat es jetzt echt gebracht. Mal reingehen. Hm, hm. Ich gehe noch nicht aus, dass ich da rein. 1, 10, 14. Was soll ich mal machen? Was soll ich mal machen? Also, ich hätte meine Ulti bereit. Ja, ich gehe noch mal. Komm, jetzt. Stab, ich scharriere! Be the fuck. Beware the clouds! Das ist echt... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Es hat funktioniert, aber... Ich hab keinen Mana mehr... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Was will der denn jetzt? Was soll ich ohne Mana machen, ne? Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Groß machen... Es ist einfach... Ich bin tot und fertig... Oh Gott, das Tücher... Schon ein Jahr, Alter... Tatsächlich... Das ist von den letzten Games kommen... Habe ich das mal... Fangen können... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Was ist denn? Was ist denn die Kaffee? Das ändert Dinge. Okay. Ah ja. Könnte ich noch verkaufen. Genau. So. Rolling Thunder. Könnte die ja mal angreifen. Weiß ja nicht. Okay. Da wäre... Was gewesen? Center War Runner. Ah. Naja. Schlecht war das jetzt nicht. Thunder. The enemy's top shrine is fallen. The sea holds no sanctuary. Weißt du? Ich ping den an und jetzt tut der Soarjah seine Idee. Aha. Tolle Sache. Tolle Sache. Was ist mit deinem Ping los? Ich habe einen 34er Ping. Was meinst du, was ich da für eine Reaktion habe? Könnte auch daran gelegen haben, dass ich... ...irgendwie ein bisschen aufgeschmissen war. Heißt aber da... Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein einziger Ding mit dem Zauberlust bekommen. Ich habe kein einziger Ding mit dem Zauberlust bekommen. Ich habe kein neues Ding mit dem Zauberlust. Es geht rein. Ich habe nichts. Ich habe ein внимrator. Ach, ich meinte, es ist Nacht. Okay. Okay. Tada! Da bin ich wieder. Nach meinem zwölften Tod. Ziemlich entspannt. Manche Sachen sind recht. Oh, ich hätte nie eine Idee. Ich hätte nie eine Idee. Okay, Snyther, siehst du dich nicht? So, jetzt haben wir praktisch voller Zeit in ihrer Base, da wo es eben angebracht ist. Habe ich überhaupt schon mal... Ach, komm schon, Keeper. Muss das sein. Lass mich doch einfach mal da pushen, wo ich will. Verdammt. Hm. So. Dann... Bis zum nächsten Mal. Der ist eigentlich so ein Scepter. Und... Ich bin��. Oder... Ich bin eigentlich auch schon. Okay. 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 Oh Terroblade... noch ein zweites Leben, aber keine Ulti mehr. Er ist gestorben. Oh, ich habe einen Terrorblade mit der Chaos-Nage. Nein! Das muss ich sehen. Wtf? Oops. Okay. Und in! Komm jetzt! Das ist für mich! Komm jetzt! Ja! Wollen wir hier nicht mal mehr ein bisschen Spaß haben? Wunderklapp! 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 Seine Regeln! Stricken! Wurdeste so谢... H Stephan eselder! Wunderklapp! Haba! Wunderklapp! Wunderklapp! I programme kurz mit Wunderklapp, H Stephan eselder! Wunderklapp! oder? Zudem habe ich jetzt meinen Zepter und den Mutmann aus. Ja, oder weniger. Okay. Irgendjemand hat mich da aber jemand gefunden. Und da ist mir noch 18 rumflimten. Warum verbraucht ihr mich? Ich habe nur Terrorblade. Ich habe nur ein Megatron. Die Strukturen sind fortified. oh you just smashed the enemy's little power the diet Tja, das ähm, ne, das, 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 ne, ich mein, schön, dass wir gewonnen haben, aber mit, ah, darfst du nicht fahren, darfst du nicht fahren, ne, danke, bitte danke, ne, das ist, kann ich gar nicht haben, kann ich überhaupt nicht haben.